Hallo, liebe Seniorinnen und Senioren aus Pfungstadt. Hier ist wieder Wolfgang vom Seniorenbeirat mit einem Video aus unserer Veranstaltung Fit für PC2. Wie Sie im Folgenden sehen werden, müssen Sie sich eigentlich keine Notizen während unserer Veranstaltungen machen. Das jeweilige Video sollte vollauf genügen. Sie müssen sich nur merken, wie Sie das hier auf YouTube finden. Unser Thema ist Bildschirm- und Mauseinstellungen. In der Vergangenheit habe ich relativ viel Erfahrung sammeln können mit Menschen, die Probleme mit schlechten Augen hatten oder auch zittrige Hände. In Windows 10 kann man einiges einstellen bzw. anstellen, um das zu verbessern. Auf der anderen Seite, leider kann Windows noch nicht zaubern. Also das Ganze hat schon seine engen Begrenzungen. Beispielsweise kommen wir an einer ungeeigneten Hardware einfach nicht vorbei. Wenn ich schlechte Augen habe und mir einen Mini-Bildschirm kaufe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwo Probleme mit dem Gucken habe. Und das gilt natürlich auch für die Maus. Wenn ich also mir eine absolut miserable Maus für 3,20 Euro vom Grabbeltisch hole, dann wäre es durchaus möglich, dass diese Maus mir nicht diese Auflösung und diese Feinheit bietet, die vielleicht eine 3-mal so teure Maus mir bietet. Also die Hardware ist schon irgendwo voll mit dabei, auch wenn Windows eine Menge machen kann. Auf der anderen Seite, wenn Windows jetzt ein paar Veränderungen macht, dann führen Verbesserungen an der einen Stelle häufig zu Verschlechterungen an einer anderen Stelle. Und das werden wir sehen. Und deswegen muss man manchmal für sich den optimalen persönlichen Kompromiss suchen und nicht einfach blind darauf bestehen, dass dann alles 100%ig oder noch mehr klappt. Sehen wir uns das Ganze doch mal auf meinem Laptop an. Übrigens, dieser Laptop hat ein 15,6 Zoll Display. Das heißt, die Diagonale von hier oben rechts bis nach da unten links sind 15,6 Zoll oder 39 Zentimeter. Und die Pixels, die Auflösung, sind horizontal 1920 mal vertikal 1080 Pixel. Und wenn man ein bisschen Geometrie beherrscht und ein bisschen rumrechnen kann, dann kommt man schnell dahinter, dass die einzelnen Pünktchen, also diese Pixels, jeweils einen Abstand von ungefähr 0,18 Millimeter haben. 0,18 Millimeter oder ein bisschen großzügiger ausgedrückt. Ein Fünftel Millimeter, das ist gar nicht so besonders gut, denn wenn man noch ein bisschen jünger ist und ein Adlerauge hat, dann kann man auf einer Entfernung von 20 bis 30 Zentimeter, also im Nahbereich, ungefähr auf ein Zehntel Millimeter genau auflösen mit dem menschlichen Auge. Mit anderen Worten, dieses Laptop ist ein etwas preiswerteres Laptop, also kein besonders hochwertiges, aber für die Zwecke, die ich es brauche, da reicht es auf jeden Fall aus. Also Qualität geht so. Aber wenn man genau hingucken würde, würde man die einzelnen Pünktchen, die einzelnen Pixels sehen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel mit uns mal angucken, diese Geschichte hier, Pferdeauge.jpg, da kann man in diesem String, also in diesem Pferdeauge, keine einzelnen Pixels erkennen. Ist einfach zu klein. Also mehr eine theoretische Geschichte. Gut, jetzt will ich euch mal zeigen, am Hand des Windows Explorers, was man so erleben kann, wenn man nicht besonders gut gucken kann. Nehmen wir mal ein Beispiel. Hier sieht man ja auf der linken Seite die Rechnerstruktur. Hier dieser PC und so weiter und so weiter. Hier zum Beispiel Desktop. Und wir wissen ja, hier vorne ist so ein Häkchen davor. Und wenn ich da drauf drücke, dann wird der Inhalt dieses Desktops, man sagt, aufgerissen oder dargestellt. Und wenn ich wieder drauf drücke, dann wird er wieder kollabiert. Und ich muss dieses Häkchen ziemlich genau treffen. Das ist hier vielleicht so 3 bis 4 mal 4 Millimeter. Wenn ich da nicht reinkomme, weil mir das einfach zu klein ist, weil ich nicht richtig gucken kann oder vielleicht auch hier irgendwie ein bisschen zitterig bin, dann habe ich ein Problem. Gut, wie könnte ich denn dieses Problem lösen? Wenn das selten vorkommt, also ein paar Mal nur im Jahr, dann wünsche ich mir natürlich eine Lösung, die nicht irgendwelche anderen Dinge verschlimmbessert, sondern eine, die mal eben funktioniert, aber dann halt keinen großen Aufwass macht. Und da bietet sich die sogenannte Bildschirmlupe an. Und die Bildschirmlupe, die kriegt man durch die Kombination von zwei Tasten, nämlich einen Finger auf die sogenannte Windows-Taste. Das ist so im unteren linken Bereich auf der Tastatur. Und mit dem zweiten Finger drückt man einmal auf die Taste Plus. Jetzt guckt mal, was passiert. Ich mache das. Als erstes kommt hier so eine Steuerschaltfläche hoch. Und diese Steuerschaltfläche, mit der könnte ich das auch machen. Ich könnte es also weiter hoch und runter machen. Aber ich lege diese Steuerschaltfläche jetzt einfach mal nach unten in die Taskleiste ab. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Windows-Taste und Plus drücke, dann wird plötzlich der gesamte Bildschirm größer, nämlich auf 200% vergrößert. Und wenn ich mit der Maus so rechts, links, oben, unten fahre, dann sieht man, Mensch, das Ding ist wirklich größer geworden. Wenn ich also jetzt hier drauf bin, dann habe ich eigentlich gar kein Problem, das hier zu treffen, weil es halt um einen Faktor 200% größer geworden ist. Ja, also der gesamte Bildschirm ist größer geworden. Mit der Konsequenz, wenn ich irgendwo nach nichts möchte, dann muss ich eventuell darüber hinaus gehen, um überhaupt da hinzukommen oder nach oben, weil eben halt der ganze Bildschirm jetzt betroffen ist. Ich kann das noch weiter treiben, indem ich nochmal auf Windows und Plus drücke. Dann bin ich jetzt bei 400% und so weiter. Ich kann es also mit viel, viel größer machen, wenn ich das will. Und jetzt fängt man langsam an zu sehen, dass tatsächlich hier die einzelnen Pixels eine Rolle spielen. Jetzt sieht man, dass dieses D oder dieses M aus einzelnen kleinen Punkten zusammengesetzt ist. Und da spielt jetzt natürlich die mangelhafte Auflösung meines Bildschirms eine Rolle. Wie kriege ich es wieder kleiner? Ganz einfach, Windows-Taste und Minuszeichen. Kann man sich ganz gut merken. Plus wird halt rausgesoomt und Minuszeichen geht halt wieder zurück. Und wenn ich ihn zum Beispiel so habe und möchte das Ding komplett ausschalten, dann nehme ich die Windows-Taste und drücke auf Escape. Und dann ist auch diese Schaltfläche, wo ich da noch was anderes einstellen kann, weg. Was kann ich da noch mitmachen? Ich gehe da nochmal rein. Also nochmal die Windows-Taste und Pluszeichen. Und jetzt kommt halt hier, hat man ja in die Leiste reingelegt, diese Steuerleiste. Ich ziehe die mir raus. Und was können wir da noch einstellen? Natürlich kann ich auch hier die Sache groß und kleiner machen. Aber ich habe noch eine Möglichkeit, auf Ansichten zu gehen. Eben haben wir das sogenannte Vollbild eingeschaltet gehabt. Ich kann aber auch die Lupe einschalten. Das mache ich jetzt mal. Ich gehe mal auf Lupe und drücke jetzt mal auf, und ihr seht schon hier, er schiebt jetzt hier so ein Fenster vor sich hin. Wenn ich jetzt also wieder auf Windows und Plus drücke, dann wird nur dieses Fenster größer gemacht. Also ich sehe dann hier, okay, und könnte hier direkt jetzt in Desktop reingehen und wunderschön das Ding aufreißen und zumachen. Also das ist meine bevorzugte Arbeitsweise, obwohl ich das Gott sei Dank noch nicht so häufig brauche, dass ich mir halt so ein kleines vergrößertes Fenster hole. Die letzte Möglichkeit ist, wenn ich da reingehe, dass ich sage, angedockt, dann wird halt hier oben, seht ihr, so ein vergrößertes Feld reingebracht. Das kann ich also größer ziehen und kleiner ziehen. Ist für mich nicht so die Sache der Wahl. Also ich nehme jetzt halt entweder das Vollbild oder ich nehme die Lupe. Gut, wenn ich jetzt dieses Ding irgendwo jetzt größer gemacht habe, vielleicht sogar noch eine Nummer, also nochmal Windows-Taste und Plus, und möchte das Ganze wieder loswerden, dann nehme ich die Windows-Taste und drücke einmal auf die Taste Escape. Die ist ganz oben links in der Ecke der Tastatur. Und das Ganze ist wieder völlig vorbei. Das war halt die Möglichkeit, Bildschirmlupe mal eben schnell eine Vergrößerung zu machen. Wenn ich aber irgendwann feststelle, Mensch, Alter, du bist schon älter als du glaubst und dein Auge ist nicht mehr so das Ganze wahre oder deine Augen, ich muss ein paar andere Einstellungen machen, ich muss das Ganze sozusagen dauerhaft verändern, dann muss ich in die Einstellungen gehen. Und wenn man am Bildschirm was verändern möchte, dann geht man zunächst erstmal unten auf das Windows-Symbol, hier ganz unten links in der Tastleiste, Windows. Dann geht man in die Einstellungen, das ist das Zahnrad, Einstellungen. Und dann geht man auf Erleichterte Bedienung, hier unten. Erleichterte Bedienung, da sieht man Sprachausgabe, Bildschirmlupe, hoher Kontraste und so weiter. Ich klicke da einmal drauf und gehe dann auf die Anzeige, die ist voreingestellt. Ja. Da haben wir jetzt eine ganze Menge Auswahlmöglichkeiten. Unter anderem sehen wir hier in der Mitte, ich nudle das mal etwas runter, alles größer einstellen. Also, diese Sache macht alles größer, sowohl die Grafiken als auch die Bildunterschriften, alles. Und die steht momentan auf 125% empfohlen. Ich gehe mal auf die Auswahlbox und man sieht, ich könnte das auch auf 100% stellen, also kleiner. Und wenn ihr euch im Hintergrund das mal anguckt, dann merkt ihr jetzt, okay, hier ist wesentlich mehr Platz auf dem Bildschirm, nur das nützt mir relativ wenig, weil die Dinger sind so klein und mickrig geworden, dass man das kaum noch lesen kann, beziehungsweise kaum noch was mit anfangen kann. Also das mit den 100% ist keine gute Idee, deswegen ist ja die empfohlene Einstellung auf 125% und da habe ich ja auch meinen Bildschirm drauf eingerichtet. Was ich aber ohne weiteres machen kann, ist, ich kann das zum Beispiel jetzt mal auf 150 einstellen oder vielleicht sogar auf noch größer, wenn ich jetzt wirklich sehr, sehr schlechte Augen habe und auch die Brille nichts mehr nützt, maximal auf 175%. Ich mache das jetzt mal, mache mal diese Geschichte hier klein, jetzt sieht man schon, naja, der Bildschirm reicht halt nicht mehr aus, um das, was vorher da war, irgendwie darzustellen. Es ist zwar schön groß geworden, aber wir müssen jetzt tatsächlich da hinten dazu übergehen und müssen die ganzen Fenster, die wir jetzt vorher offen hatten, ein bisschen kleiner machen. Dabei bleibt natürlich der Inhalt dieser Fenster etwa gleich groß. Und was noch passiert ist, früher hatte ich ja diese ganzen Icons hier, etwa so auf diesen beiden Bereichen hier. Das kann ich jetzt vergessen, denn die Icons sind größer geworden und auch die Unterschriften dazu. Jetzt hat Windows das automatisch umsortiert, damit es überhaupt mal auf den Bildschirm passt. Wenn ich das also auf Dauer haben wollte, müsste ich mir überlegen, ob ich diese Anordnung der Icons weiter so beibehalten will oder sie vielleicht sogar umarbeiten will. Okay, machen wir das mal wieder rückgängig. Ich habe also hier unten ja diese Einstellung ikonisiert und gehe wieder auf 125%. Und damit ist alles so, wie ich das vorher eingestellt hatte. Man kann natürlich auch was anderes machen, wenn man nicht damit ein Problem hat, dass jetzt die Icons einfach zu klein sind, sondern wenn beispielsweise nur die Texte hier, die an den Icons dran sind, uns zu klein sind, wenn man die nicht mehr lesen kann. Dann kann ich nämlich lediglich den Text vergrößern. Und das sieht man hier. Ich mache das mal. Der steht momentan auf der Minimalen, auf 100%. Und wenn ich den jetzt mal, ihr seht jetzt hier oben, es wird größer. Wenn ich das mal ganz groß machen würde und sage Anwenden, dann denkt er einen Augenblick nach. Und jetzt sieht man, er hat die Icons alle so gelassen, wie sie sind, aber die Unterschriften zu den jeweilsen Icons sind natürlich größer geworden. Hier sieht man schon, dass das totaler Quatsch ist. Das ist einfach zu viel. Das heißt, ich müsste diese Einstellung mal vielleicht ein bisschen kleiner machen, vielleicht irgendwie so und sagen Anwenden. Und dann kommen wir zu irgendwas, was ja ein bisschen besser ist, vielleicht sogar ein bisschen größer, sagen wir mal so. Und da kann auch jemand, der nicht ganz so gut lesen kann, diese Unterschriften zu den Icons einfach besser lesen. Das heißt, eine Sache, mit der man dann doch das für sich ein bisschen optimal lösen kann. Ich hatte das ja schon eingangs erwähnt. Man kann einige Dinge verbessern, aber häufig schlägt das dann auf einer anderen Stelle irgendwo in einer Verschlechterung um. Also man muss sich da irgendwo ein bisschen mit arrangieren und sagen, was ist denn für mich das Optimale. Was man auch machen kann ist, ich mache das jetzt mal wieder rückgängig, weil das einfach für mich dann besser lesbar ist. Was man auch machen kann ist, man kann beispielsweise die Bildschirmhelligkeit verändern. Steht momentan auf 100%. Egal was ist, aber ich kann die zum Beispiel heller und weniger hell machen. Und je nachdem, was man nur für ein Mensch ist, kann man dadurch eventuell die Anzeige für sich selbst persönlich etwas verbessern. Was eine auch ganz interessante Geschichte ist hier, das Thema hoher Kontrast. Ich klicke da mal drauf. Und den hohen Kontrast, den habe ich ausgeschaltet. Ich schalte ihn jetzt einmal ein. Nicht erschrecken. Er braucht einen Augenblick. Und jetzt hat er alles auf hohen Kontrast gestellt. Das heißt, der Hintergrund ist überall schwarz. Und ja, man kann das so lassen. So sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber wenn ich jetzt mal das hier zeige, dann seht ihr, dass auch die Inhalte von den Fenstern jetzt total seltsam aussehen. Das ist nicht das, was wir so typischerweise eigentlich haben. Deswegen ist das nur was für Leute, die wirklich wesentlich besser gucken können, wenn sie halt diesen Kontrast wählen. Ich mache das also mal wieder weg. Es gibt übrigens mehrere Kontrastmöglichkeiten. Man kann das Kontrast schwarz machen und noch ein paar andere Farben. Das kann man sich hier unten aussuchen. Das war der Kontrast schwarz. Es gibt noch ein paar andere. Die kann man auch fein anpassen. Also wenn ihr das nicht braucht, lasst es lieber sein. Ich mache das wieder rückgängig. Und damit es so aussieht, wie Windows halt normal aussieht, das waren also die Möglichkeiten, die man am Bildschirm im Wesentlichen machen kann. Jetzt sollte man einfach mal ein bisschen mit rumspielen und gucken, was für einen selbst das Beste ist und wie man damit am besten klarkommt. Ich gehe nochmal wieder einen zurück und nehme nochmal bei der erleichterten Bedienung den Beispieltext wieder zurück, weil ich sonst das alles nicht so darstellen kann, wie es für mich halt optimal ist. Okay, nun nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine von diesen beiden Methoden, entweder Bildschirmlupe oder diese Einstellung des Bildschirms so hingebracht, dass wir optimal damit arbeiten können. Verbleibt immer noch eine Geschichte, die auch nicht so ganz einfach ist. Ich zeige euch das mal. Nämlich das Thema am Beispiel. Wir können ja diese Spalten, die wir hier haben, verändern. Wenn ich da drauf gehe, und die Spalte ganz genau an die Stelle, dann seht ihr, es wird aus dem Cursor hier, aus der Maus wird hier so ein Doppelfeil und jetzt kann ich den Spalt verändern. Das ist für viele Menschen extrem schwierig, weil es hier auf fast Bruchteil eines Millimeters ankommt. Also, wenn ich jetzt hier einen leichten Tatterich habe, also mit der Hand ein bisschen zittere, entweder weil der Bildschirm falsch eingestellt ist oder weil einfach ich leichte Zitterbewegungen in der Hand habe, dann habe ich ein Problem. Dagegen kann ich auch vorgehen, indem ich sage, ich muss eigentlich die Maus beruhigen. Also, wenn die Maus irgendwie hier laufend so macht, dann muss ich die irgendwie ein bisschen unempfindlicher stellen, auf welche Art und Weise auch immer, um sie besser positionieren zu können. Und wie macht man das? Wir machen das wieder über die Einstellungen. Das heißt, ich gehe in Windows rein, gehe wieder auf meine Einstellungen und gehe jetzt mal hier oben in Geräte rein, weil wir wollen uns jetzt genau die Maus angucken und die ist ja ein bisschen hardwareabhängig. Hier gehe ich jetzt mal rein und gehe mal auf Maus. Okay, hier kann ich nur Dinge machen, die, sagen wir mal, selbstverständlich sind, dass die primäre Maustaste links ist. Wenige Leute werden die nur auf rechts packen oder wie stark ich jetzt am Mausrad drehen muss, um den Bildlauf durchzuführen. Das kann ich einstellen, das ist aber nicht so wahnsinnig interessant. Was jetzt interessant wird, ist weitere Mausoptionen. Dazu muss ich das hier mal ein bisschen weiter auseinanderziehen, so sieht man das nicht. Hier oben rechts in der Ecke ist weitere Mausoptionen. Ich drücke da mal drauf. Jetzt kommt so ein Bild, wenn man ein bisschen Ahnung hat, weiß man, das kommt aus den sogenannten Treibereinstellungen, hat also direkt etwas mit der Hardware der Maus zu tun. Und hier gehen wir mal auf die Lasche Tasten. Da können wir einige Dinge einstellen, nämlich hier die sogenannte Doppelklickgeschwindigkeit. Ihr wisst ja, wenn ich auf irgendeine Datei, sagen wir mal eine Textdatei, doppelt draufklicke, dann weiß Windows, okay, ich muss jetzt den Texteditor dazu holen. Aber, wenn ich jetzt mit dem linken Zeigefinger, wenn ich Rechtshänder bin, nicht mehr so ganz schnell bin, dann kann das mal schief gehen. Und hier kann ich die Geschwindigkeit des Doppelklicks von langsam auf schnell einstellen. Ich zeige das mal, wenn ich jetzt hier richtig schnell draufklicke, dann macht er das Ding auf und zu. Wenn ich jetzt langsam doppelklicke, dann passiert gar nichts, weil er nicht richtig eingestellt ist. Dann müsste ich sagen, okay, mach es langsamer. Jetzt geht es, auch wenn ich langsamer mache. Das muss man sich individuell einstellen, wie man es gerne hätte. Ich kann da noch relativ schnell mit arbeiten. Andere brauchen da halt ein bisschen länger dazu. Hier ist noch eine weitere Möglichkeit gegeben, nämlich in den Zeigeroptionen hier oben in der Lasche. Da haben wir die Möglichkeit, die Zeigergeschwindigkeit auszuwählen. Also, ich verschiebe ja die Maus und die Frage ist, wie schnell verschiebt sich dann relativ dazu dieser Cursor, dieses Zeichen. Den habe ich mal auf die Mitte gestellt hier. Wenn ich jetzt ganz langsam stellen würde, dann kann ich hier, ich muss jetzt hier sozusagen einen halben Meter hier ziehen, damit sich auf dem Bildschirm 10 cm bewegen. Das ist sicherlich die eine Ecke. Und das Problem ist, wenn ich den zu weit links habe, ich muss dann eventuell die Maus ein paar Mal hinterher schieben, muss sie loslassen und wieder ansetzen. Das genaue Gegenteil ist, wenn ich die sehr schnell einziehe, dann gehe ich hier auf meinem Mauspad einen Zentimeter hin und der Bildschirm, der zuckt hin und her. Also, ich muss mir das so schnell einstellen, dass ich damit gut klarkomme. Das muss jeder individuell machen. Was man auch machen kann, ist, man kann die Zeigerbeschleunigung verbessern. Das ist eine interne Maßnahme. Da würde ich einfach mal an eurer Stelle mal gucken, ob das, wenn man dieses Häkchen anklickt, besser wird oder nicht besser wird. Ich möchte jetzt im Detail nicht erklären, was da passiert. Das ist relativ kompliziert. Ja, was kann man noch machen? Ab und zu hat man hier das Problem, dass man den Wald vor Leute Bäumen nicht sieht. Das heißt, man guckt auf seinen Bildschirm, hat irgendwas gemacht, hat sich vielleicht gerade unterhalten, sagt, Mensch, wo ist denn hier mein Cursor? Ja, dann hat man die Möglichkeit zu sagen, ich lasse mir mal die Mausspur anzeigen. Ich klicke das jetzt mal an. Und jetzt guckt er mal, da seht ihr, dass man, in dem Moment, wo ich die Maus ein bisschen bewege, sieht man einfach, wo die vorher war. Ja, nettes Spielchen, macht eine Zeit lang relativ viel Spaß. Wenn man es etwas länger macht wie ich, dann schaltet man es wieder aus. Eine weitere Möglichkeit ist, die Zeigerposition hell anzuzeigen, wenn man auf die Steuerungstaste drückt. Ich zeige das mal. Ich meine, ich weiß nicht, wo meine Maus ist, und drücke jetzt einfach mal auf die Steuerungstaste, dann sieht man plötzlich, wo die Maus ist. Kann man machen, warum nicht? Ich selbst schalte das mal aus, weil ich das nicht brauche. Also ich mache einfach mal so, und dann sehe ich schon, wo meine Maus ist. Okay, wenn ich jetzt Veränderungen gemacht habe, müsste ich hier sagen, übernehmen. Habe ich nicht gemacht, deswegen sage ich hier einfach abbrechen. Gut. Was kann man noch machen? Man kann die Maus- und die Cursorgröße anpassen. Dazu ist hier, hier waren wir vorhin drauf, weitere Mausoptionen, Maus- und Cursorgröße anpassen. Ich gehe mal da hin. Und da kann man als erstes, wenn einem dieser auf dem Bildschirm, dieser Cursor zu klein ist, dann kann man den verändern. Ich mache den einfach mal ganz groß und sehe da, das ist mit Sicherheit zu groß, aber kann man machen. Ich kann den auch auf den Mittelwert stellen. Mir persönlich reicht da der kleinste Wert aus. Aber gerade, wenn ich ein bisschen schlecht gucken kann, ist es vielleicht sinnvoll, den ein bisschen größer zu machen. Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, was daran zu ändern. Das, was eben momentan hier blau umrandet ist, ist einfach dieser weiße Mauszeiger. Ich kann mir aber auch einen schwarzen Mauszeiger holen. Das heißt, der ist dann im Normalfall schwarz. Und wenn er über irgendwas Weißes geht, dann passiert gar nichts, sondern er bleibt schwarz. Ich kann aber auch sagen, ich möchte einen inversen Mauszeiger haben. Das heißt, der ist im Normalfall schwarz. Aber wenn er über was Weißes geht, dann kriegt er so einen weißen Rand. Das sieht man vor allem, wenn der etwas größer ist. Hier sieht man das ganz gut. Hier wird das dann so ein bisschen invers. Finde ich nicht ganz so schick. Aber für Leute, die mit dem Kontrast ein Problem haben, empfehle ich dann lieber eine Farbe zu wählen. Hier ganz rechts außen. Zum Beispiel die Farbe Rot. Und jetzt habe ich hier einen roten Kurser. Und wenn ich den noch ein bisschen größer mache, also wer den dann nicht sieht, tja, der hat dann wirklich ein Problem. Gut, ich gehe mal wieder auf den Standard zurück. Was ich auch machen kann, ist, ich kann die Sichtbarkeit des Cursors bei der Eingabe verbessern. Wenn ich irgendwo einen Text schreibe, ich mache das einfach mal. Ich sage mal Editor. Hoppla, habe ich mich vertippt. Das wollte ich nicht haben. Also den Editor. dann sehe ich ja hier, wenn ich hier irgendwas schreibe, sehe ich ja hier diesen Cursor, dieses senkrechte Teil. Und wenn der mir zu unsichtbar ist, also zu dünn, dann kann ich den dicker machen. Ich mache das mal. Und jetzt sieht man den viel deutlicher. Ob man das so haben möchte, Geschmackssache, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es möglich ist, den einfach dicker oder weniger dick zu machen. Ist also eine Möglichkeit, an der Stelle was vernünftiges zu machen. Ich schließe das Feld hier mal wieder. so, gehen wir wieder einen zurück und habe damit eigentlich alles gezeigt, was man mit der Maus machen kann. Schalte das mal aus. Was noch eine ganz interessante Sache ist, das ist das Thema Touchpad. Touchpad ist dieses Ding, was man, ich gehe mal wieder in die Einstellungen rein und sage erleichterte Bedienung und Körser und Zeiger und hier oben sieht man die Touchpad-Einstellungen. Und wenn man sich das mal anguckt, zum einen kann ich das Touchpad einschalten. Das Touchpad ist das, wo ich jetzt mit dem Finger drauf rumarbeiten kann, bei einem Laptop, wenn ich zum Beispiel keine Maus habe oder wenn ich es einfach mal möchte, obwohl ich eine Maus habe. Ich habe das mal so eingeschaltet, dass das Touchpad ein ist, obwohl die Maus erkannt wird. Also die beiden sind konkurrierend zueinander einsetzbar. Touchpad eingeschaltet lassen, wenn die Maus angeschlossen ist. Auch hier kann ich an der Cursor-Geschwindigkeit was rummachen, dass mir das vielleicht zu langsam oder zu schnell ist, dass ich immer sage, Mensch, das möchte ich hier aber ganz gerne ein bisschen langsamer haben. Dann ist das möglich. Die Touchpad-Empfindlichkeit, je nachdem, was ich nur für dicke oder dünne Finger habe, kann man auch noch verändern. Ich habe auch mittlere Empfindlichkeit eingestellt. Was besonders interessant ist, wenn man vergessen hat, was dieses Touchpad alles für tolle Sachen kann, da kann man sich das hier nochmal durchlesen. Wenn ich einfach das Touchpad als Maus benutzen möchte und auf dem Touchpad quasi den Mausklick links machen möchte, dann schalte ich das einfach ein, ist eingeschaltet. Was ich beispielsweise nicht mehr wusste, zum Rechtsklicken kann man mit zwei Fingern tippen. Also wenn ich einfach mit zwei Fingern drauf tippe, dann entspricht das einem Rechtsklick der Maus. Wir können das hier mal machen. Ich kann hier mal drauf gehen, gehe mal mit der rechten Maustaste drauf, dann kommt dieses Eigenschaftsmenü. Ich kann immer genauso gut hier auf dem Touchpad zweimal drauf rumtippen. Beziehungsweise müssen wir eigentlich sogar bei einem Mal gehen. Ja genau, geht sogar bei einem Mal. Wunderbar. Wenn ich eine Mehrfachauswahl haben möchte, zweimal tippen und ziehen kann man machen. Ja, noch so ein paar Sachen. Und zum Scrollen kann man mit zwei Fingern ziehen. Das heißt, man kann hier einfach hoch runter gehen mit zwei Fingern. Zwei Finger zoomen kann man machen. Ich kann es also größer, kleiner machen, wenn die Anwendung das hergibt. Und dann gibt es sogar Möglichkeiten, die man mit drei Fingern machen kann und welche, die man mit vier Fingern machen kann. Wenn man das nicht mehr weiß, guckt man sich einfach mal diese Seite an und merkt es sich, wenn es für einen interessant ist. Das soll es dann mit den Einstellungen der Maus gewesen sein.